Hallo, ich bin Boppe Edith. Ja, ich lach mich hier immer so töd. Ich bin... Wie heißt du denn mit Nachnamen? Friedenstein? Ähm, klein mal einen Cut. Du heißt Finkbeiner, du Arsch! Na gut, ich bin der Finkbeiner, der Felix Finkbeiner. Und ich bin für die Verbesserung der Klimaerwärmung und werde dafür sorgen, dass mehr als 32 Millionen Bäume hier von Landes werden. Und ich bin so traurig. Versteht ihr nicht, dass das so, die Bäume sind? Es ist mir so egal, was ihr denkt. Ich mache einen Abgangen. Oh, 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 oh.